Hallo, heute sind wir am Strand, heute ist der 26. Oktober, kenne ich, am Sonntag. Sag mal hallo. Hi. Das ist ein Video, kein Bild. Sag mal einen schönen Gruß an alle in Deutschland, da können Sie es sich angucken. Hallo Deutschland, schön, dass du auch noch in Italien vom Strand, schön hier. Sag mal, ich bin neun im Strand. Aber wir müssen bald gehen, es ist gut, kommt wieder rein. Und wir haben das erste, was wir jetzt essen können. Ich bin nur wieder aus dem Wasser. Und dann ist es eigentlich gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, wir fallen auch gut. Sag tschüss. Ich bin jetzt zur Haut gekommen. Da sehen wir schon, dass du da auch vorstest. Und jetzt nehme ich doch vom Betten. Wir haben gestoppt hier durch die Weste. Und dann schlussend ist, den U-O-Heftis-Gängstern, die Sonja-Heftis-Gängstern ist. Das ist jetzt schon viel. Okay, das war die Mutti. Ich weiß nicht, ob ihr so verstanden habt. Ich muss ein bisschen laut reden, weil Wind bläst heute etwas, aber es ist angenehm.